Ari Cohen auf seinem Streifzug durch New York. Wen er vor die Linse holt, der kleidet sich stilvoll und ist garantiert nicht faltenfrei. Genau richtig für Aris Fotoblog über ältere Herrschaften und deren Mode. Ich stand meiner Großmutter sehr nah. Als ich vor zwei Jahren nach New York zog, fiel mir auf, dass hier viele ältere Menschen sich sehr elegant kleiden, die haben mehr Aufmerksamkeit verdient. Ari und seine Mottes. Der feine Zwirn, die auffälligen Farben. Jeder Tag ist ein Sonntag. New Yorks ältere Semester mögen den großen Auftrag. Du siehst Menschen mit 70, 80, 90 und sie sind immer noch so voller Leben und Kreativität. Das hört mit dem Alter nicht plötzlich auf. Lynn, eines von Aris Supermodels, ist 77. Ari liebt die Frauen über 40 und ich bin ein kleines bisschen drüber. Was er macht, ermutigt uns. Wir sollten uns genauso kleiden, wie wir uns fühlen. Ein eigener Stil ist die günstigste Variante, sich selbst auszudrücken. Ari hat Kunstgeschichte studiert, bis er die Bloggerei für sich entdeckte. Advanced Style heißt seine Seite im Netz, Stil für Fortgeschrittene. Ich bekomme täglich viele E-Mails von Leuten zwischen 13 und 85, darunter auch 70-Jährige, die meinen Blog ermutigt hat, mehr Farben zu tragen, oder Frauen Ende 30, die ihre Haare grau werden lassen und sich besser fühlen beim Älterwerden. Der 28-Jährige passt in den Trend. Modedesigner entdecken neben Molligeren nun auch die älteren Models. Bislang ist der Fotoblog noch Aris brotlose Leidenschaft. Doch vielleicht wird bald auch geschäftlich mehr daraus.